Und der letzte Redner kommt von der FPÖ, Gerald Hauser. Nächster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Mag. Gerald Hauser. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich bedauere, dass diese Debatte nicht zu einem frühen Zeitpunkt stattgefunden hat und nicht leicht nur übertragen wird, weil, glaube ich, es meines, Ihre Wortmeldungen bei der Bevölkerung wird eines erreichen, das wir weiterhin an Wählerstimmen zulegen. Wenn man diese Debatte verfolgt und mitbekommt, wie Sie sich mit Hängen und Würgen gegen diesen Antrag, der ja ein normaler Antrag ist und nur erreichen möchte, dass in jenen Schulen, wo der Deutschunterrichtssprache ist, natürlich auch in dem Pausen Deutsch gesprochen wird, das ist ja vollkommen normal, bitte. Was ist denn da nicht normal? Und Sie gehen gegen diese Initiative vor. Wir wollen mit dieser Initiative ein Problem lösen. Wissen Sie, wissen Sie, was das Problem ist? Wissen Sie, ich zitiere, das Problem ist, aktueller Standard, 53 Prozent mehr Schüler mit Deutschproblemen in Wien. Ich zitiere weiter, Schüler mit Deutschproblemen, Wien will mehr Geld. Ja, fangen wir doch einmal an, Deutsch zu sprechen. Was spricht denn dagegen, wenn man Deutsch auch in den Pausen spricht? Das kostet nichts, das kostet nichts, das kostet nichts. In Wien wird noch mehr Sprachförderkursen angefragt, unter Anführungszeichen. Das kostet Geld. Wieso lassen Sie die Schüler in den Pausen in Österreich nicht in Deutsch sprechen? Wo ist denn, worin besteht denn da das Problem? Die Integration, die Integration wird damit erleichtert. Und ich darf, ich darf, schau Sie, schau Sie, ich habe Sie auch ausreden lassen, schreien Sie nicht dazwischen, melden Sie sich wieder zu Wort. Da fängt einmal der Anstand an. Ja, hier, da beginnt das Ganze. Schreien Sie nicht laufend, schreien Sie nicht laufend dazwischen. Ich zitiere, ich zitiere aus dem Spiegel online zum Beispiel die Berliner Realschule, die Herbert-Hover-Realschule, die einen Staatspreis bekommen hat. Und was hat der Kurt Biedenkopf gesagt? Ich zitiere, Schüler, Eltern und Lehrer der Herbert-Hover-Schule haben die identitätsstiftende Wirkung der gemeinsamen Sprache erkannt. Nicht auf staatliche Regulierungen gewartet. Und den Begriff der Nation durch ihr pragmatisches Verhalten mit Leben gefüllt, sagt der Senatspräsident der deutschen Nationalstiftung und der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. Also die integrative Wirkung auf der gemeinsamen Sprache ist doch ein wesentlicher Bestandteil. So, jetzt zu dieser Sache. Und Herr Mag. Walser, weil Sie den Mund, dass Sie immer so voll nehmen, ja, auch ein Wort zu Ihnen. Es ist eine Schande für mich, es ist eine Schande, wenn man hier im Hohen Haus sich gegenseitig Sprachprobleme und Sprachschwierigkeiten vorwirft. Und Sie wissen das ganz genau. Wir sprechen immer von der Ehre des Hohen Hauses. Na, glauben Sie, ist das eine Auszeichnung, wenn wir hier eine Debatte führen und uns gegenseitig vorwerfen, dass wir nicht in der Lage sind, Lesen, Schreiben, Rechnen zu können. Und aus der Sicht der Bevölkerung unglaublich viel Geld verdienen. Das ist doch blamabel, bitte, was Sie hier aufführen. Und ich sage Ihnen eines, ich sage Ihnen eines, und Sie schrecken, und Sie schrecken auch nicht davor zurück, mich persönlich zu diskreditieren. Das haben Sie in der letzten Parlamentssitzung gemacht. Sie schrecken nicht davor zurück, obwohl zwei Wortmeldungen später sich die Kollegin Moser dafür entschuldigt hat. Sie schrecken nicht davor zurück, Gefechteplakate, die im Netz kursieren, gegen mich oder gegen uns zu verwenden. Glauben Sie wirklich, dass ich als abgeschlossener Wirtschaftspädagoge, der auch unterrichtet hat, nicht in der Lage bin, kennenzuschreiben? Glauben Sie das? Ja? Glauben Sie das? Ja? Sie haben dieses Plakat herausgezogen. Da müsste ich sofort, also meine Befähigung, als Wirtschaftspädagoge zu unterrichten, sofort zurücklegen. Und dass Sie uns das unterstellen, ist eine Miesmache. Unterste Schublade, Herr Kollege Mag. Walser, dass die Würde dieses Hauses massiv, massiv untergehen. Und noch eines zu Ihnen. Es ist nicht meine Art, auf diesem Niveau zu diskutieren. Aber jetzt einen Entschließungsantrag des Herrn Mag. Walser mit Freundinnen und Freunden im letzten Unterrichtsausschuss eingebracht mit zwei Fehlern, bitte. Ich zitiere diese Fehler. Lese Ihnen das vor. So, ich darf aus diesem Antrag zitieren. Aber problematische familiäre Bedingungen, Probleme in der Bildungslaufbahn, Arbeitslosigkeit, Haft und Machten, die jungen Männer empfänglich für Hassbotschaft und Gewalt. Also das ist aber kein vernünftiger Satz. Geben Sie mir recht. Also der erste Fehler, der erste Fehler. Herr Professor, Herr Direktor, der erste Fehler. Ich blättere um im Entschließungsantrag. Darf Ihnen den zweiten Fehler vortragen. Ich zitiere wieder, Kinder und Jugendlichen sollen lernen, sich gemeinsam und unter sachkundiger Anleitung möglichst vorteilsfrei mit diesen Themen auseinandersetzen. Auch das ist kein deutscher Satz. Auch da haben Sie einen Fehler gemacht. Sie sehen, Herr Oberprofessor, Herr Oberlehrer, Mag. Walser, auch Sie sehen, der Grünik-Club ist nicht fehlerlos. Sie sind nicht fehlerlos. Fohlen Sie nicht immer so herrschaftlich über alle anderen drüber. Beginnen Sie bei sich selber und schauen Sie auf die Würde des Hohen Hauses. Ich danke. Applaus 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 Applaus